Sehen Sie diesen kleinen Punkt im Universum? Von hier aus kaum vorstellbar. Es ist ein Ort, auf dem das Leben blüht. Selbst aus dieser Entfernung erkennt man nur eine wunderschöne Wasseroase. Mit Landflächen, ruhig, friedlich, keine Grenzen, nur schwer vorstellbar, was dort unten gerade alles los ist. Hier wohnen Lebewesen voller Gefühle, Wünsche und Erinnerungen, Sehnsüchte und Träume. Hier ist ein einzigartiger Ort wundervoller Natur. Die Zukunft dieses Punktes liegt ganz bei uns. Over Mai in der ganzen WeltARD Er will uns die Welt zu sehen. Hier ist unser UV Zeit. And we won't stop dreaming No, we won't stop dreaming We won't stop dreaming